Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Zelda. Willkommen zurück. Mal kurz eben mal nachluren. Okay, ein Frosch oder so. Okay, so. Wo geht's hin? Was machen wir hier? Geh weg. Oh, komm her. So, was machen wir denn jetzt Schönes hier? Oh, nee. Geh weg. Was machen wir hier? Wo sind wir denn hier? Also, wir sollten ja noch eine Fischschuppe finden. Aber wo ist die? Ist die Frage. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die ist, äh, vergraben. Oder? War das nicht so, dass sie vergraben sein müsste? Blödes Vieh. Was ist das? Oh,私. Was ist das? Tü-dünn So, nein Macht aber auch überhaupt keinen Sinn hier, ne? Einmal hier schaufeln Ich dachte, ich würde hier jetzt ne Schuppe finden, aber ne Muschel schmeckt Wir müssen natürlich auch zwei von den Typen rumflattern, ne? Ist das halt... Ist das nervig Nee Nee, hier war er schon, ne? Hm, hm Also, ich brauch ne Fischschuppe Oh, mein Gott Jauuuu Ehh Lieber Am 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Mann Warte mal Ich weiß ja, wo es hingeht Ich frage mich gerade, warum ich da jetzt nicht angefangen habe Weil wir waren ja oben Oder? Gucken wir mal, wie weit wir schon sind Ah, dammit Ja, Sigi Oh, Junge Oh, da kommen ja Spinnen raus Hier geht Bin ich hier richtig? Ich glaube ja Hey, warte mal Ja, Lul Bin ich gar nicht Ich bin gar nicht richtig Oh, das sieht doch schon wieder hier ein aus Oh, das sieht doch schon wieder hier ein aus Oh, okay Ey, warte mal Was aber hier nix ist Das ist aber Das ist aber Komisch Boote Möchtest du für 100 Rubinen mit dem Fluss fahren? Ja, da kommen Ja, da kommen Ja, da kommen Oh, das ist ja Nooo Oh, guck mal Herzen Äh Ah, okay Och, nee Lul Hast du eine Truhe? Ach, leck mich doch Nooo So, jetzt bin ich aber, glaube ich, hier richtig Ne? Aua Aua Man, diese Kackbomben Na, jetzt bin ich hier Lol Das ist einfach nur, um dann wieder Fluss zu fahren Was ist das denn? So, hier bin ich ja richtig Hier wollte ich auch hin Hin Ah, ich krieg hier gleich das Oberkotzen Oh, guck mal an Bombos Let's go Ah Lass mich deine Wunden heilen Danke Also, hier war ja auch irgendwas Da war doch auch irgendetwas, ne? Gucken wir mal jetzt auf die Kabel Okay Uh, da Ah 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 Ach Ach so Da Kann man mit Bomben erledigen Ach so, was ist das also Oh, kack Weiß ich Bescheid So Die haben ja eigentlich in der letzten Folge aufhört, ne? Soweit ich das weiß Aber komischerweise sind wir nicht hier Oh 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 Oof. Achso, man kann ja auch da... Ah, okay. Kann ja nicht sein, dass hier nix ist. Was ist denn hier? Was schläft der Fisch ewig? Der Held wird zu Ende. Ah, ja. Das ist natürlich kritisch. Aua. Aua! Mann! Mann! Oh, oh, dammit! Mann! 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 Scheiße, Alter. Egal. Okay, ich glaube, hier braucht man so langsam mal wirklich einen Bogen. Was? Braucht man, glaube ich, so leicht, ne? What the fuck? Ich glaube, ich sollte mal... Ja, die ganzen Wege aber wieder zurückzulatschen, ist doch dumm. Ich wüsste halt jetzt nicht, wie man den besiegen sollte. Das ist das Problem. Na, geh weg! Ja, auf jeden Fall. Wie soll man den denn besiegen? Aber hier sind Pfeile, also ich denke mal mit Pfeilen. Oh, ja, das war schon. Nein! Geh doch weg, mein Gott! Jetzt sterb ich hier schon wieder so oft. Ach, nervt doch nicht. Ach, Leute, ey. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir irgendwo vielleicht ein... Ey, ohne Scheiß, ne? Das ist ja... übelst dumm. Tja, und ich brauch ja 980, ne? Wusstest du? Aha, eine Muschel! So viele... ...glaub ich, gibt's gar nicht mehr, ne? Oh, ausgedrückst, ja. Tu mir nicht zu nerven. Okay. Oh, wir brauchen jetzt tatsächlich wieder... ...Bienen, ne? 980 kostet das, glaub ich. Oh, das war das schaffnet. Um, ich will ja nicht mehr. Geht's... ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, leck mich. Oh Mann! Das war's für heute. Das war's für heute. Flop! Tja, war ja wohl nix, ne? Das ist jetzt nicht dein Scheiden. Nur weil ich jetzt aus Versehen nochmal drauf gedrückt habe, muss ich die ganzen Kack jetzt nochmal machen. Ey, Freunde, das ist doch... Ich versteh's nicht. Oh Mann! ... Ah. Einfach ohne Worte. 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 Alter, leck mich. Einfach ohne Worte. 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 Gibt's denn hier schon was Neues von dem hier? Nehmen wir noch nicht. Okay. Ich hab die Erinnerung, dass sich das oft noch verändert. Einfach ohne Worte. Was muss ich machen, ist die Frage jetzt, ne? Da hab ich ja schon tausend Jahre nicht mehr gefühlt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? War das sie hier? Ich weiß es gar nicht. Tatsache. Ja ne, ist klar. Biesen? Ah, alles klar. Fünfzig Robbenen. Ja. Jetzt brauch ich ja doch nicht mehr so viel. Guck mal. Was sind wir hier? Oh Gott. Hier kommen wir gar nicht hin. Oh Gott. Oh, man. Das war noch die Anfänge. Ja, ja. Aber nach da oben weiß ich gar nicht, wie man da hinkommt. Oh, warte mal! Äh, konnte ich nicht irgendwo von A nach B mich schwingen? War das hier? Ich glaub das war hier, ne? Genau, das war hier. Oh, wie komm ich da hin? Weil das ist wahrscheinlich eh ne Muschel. Ich muss wahrscheinlich wirklich zu einem Typen, aber ich weiß absolut nicht, wie ich das machen soll. Alles klar! Ja! 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 Achso, ich bin ja auch so ein Bob. Das ist wahrscheinlich eh nur Dings dran, aber was soll's? Dann kommen wir da wieder näher hier ran. Du-du-du-du-du-du. Nooooo! Nee, das war nicht richtig. Das war richtig. Soooo. Jetzt möchte ich gerne aber nach oben. Ist das... Ich hoffe, das ist richtig. Nee. Nö! Okay. Wo würde ich denn nach oben gehen? Habe ich irgendwas hier... Habe ich irgendetwas hier... Mal sehen? Es muss ja auch nach oben gehen irgendwie, ne? Aber ich war noch nicht da. Stimmt. Oh, guck mal. Überraschung. Aua! Jetzt schon sind wir hier. Aua! Ach du Scheiße! Ach nee! Nee! Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Aua! Das war... Offensichtlich... Ach lol! Ach, kommen wir uns doch... ...schon näher hier. Da kommen wir der Sache noch ganz nah hier. Ach, guck mal, ne Muschel sogar! Supi! Müsste ich ja bald wirklich mal alle haben, ne? Hä? Hä? Wieso ist denn... Die Truhe jetzt... Nee. Okay. Okay. Nerf nicht! Nerf nicht! Ich glaube, ich gehe hier gerade irgendwie... Ich weiß nicht. Von dem weg, wo ich eigentlich hin wollte. Wo zum Hänker bin ich überhaupt, ist die Frage hier. Das sieht mir aber auch wieder nach... Muschelort aus. Oder halt eben nicht! Ich mach nur mit Möhren bloß, ne? Und wir haben hier noch... Und wir haben hier noch... Grobe Brachos dabei... Ja! Grobe... Grobe Brachos dabei machen! Alles was da ist, weißt du? Ja! Na jetzt mal! So... Oh nein! So... Bin mal gespannt... Oh wow! Ja okay... Was soll's... Danke! Was zum Hänker bist du denn? Was zum Hänker bist du denn? Oh dammit! Oh, ganz weit runter, oder was? Oh nee! Nicht im Ernst jetzt, oder? Geil! Und dabei wollte ich eigentlich noch da oben... Erkundigen aber gut... Wenn's nicht so sein soll... Wenn ich dein Ernst jetzt sei... Oh, zum Glück! So... So... Ey, jetzt muss ich auch noch... Wieder 100 Rubinen ausgeben... So für den Dreck... Oh... Ist ja der Wahnsinn! Ich kann ja auch eigentlich von selbst ins Wasser... Aber... Nein! Da war ne Kiste! Oh... Oh, come on! 20 Rubin! Yay! Ach, verdammte Kacke! Oh nein! Jetzt hab ich das schon wieder ver... Oh! Oh! Ay, 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 ay... So, wir müssen aber definitiv dann hier irgendwas machen... Ich kann mir aber auch schon denken, was... Wir gegen den machen müssen... Aber gucken wir mal... Nee! Nicht nochmal, ey! So, wir rüsten mal aus... Nimm das hier mal... Spielen... Und es passiert nix! Hat er... Toll funktioniert! Hat er echt toll funktioniert! Alter! Das war für유, bzw. Es wird noch mit. So. Altonрий- Auf. Dober! Alter! Abrennt! Nou, passtc,... Emil? Luis. still? Und hier, wissen wir Nitzel! Gemeinschaft! Und ich wollte... Kann er mal da rausgehen? Hallo? Anscheinend ja nicht. Also wir brauchen... Ich weiß nicht, aber ich habe so das Gefühl, wir brauchen hier Pfeilebogen. Aber gucken wir mal. Vielleicht ist es auch der hier. Ich verstehe aber auch nicht, wie man den dann fighten soll. Hey, wie soll man das denn machen, Mann? Okay. Ich beende die Folge, ich sage tschüss, schau dran. Bis zur nächsten Folge von Zelda, haut rein und tschüss.